Heute ist es soweit. Heute gehen wir an die letzte Vorrunde quasi des The Walking Dead Charakter Clash 16er Turnier. Und zwar heute geht es um den Herschel gegen den Governor und ja, danach geht es quasi in die nächsten Runden. Und unsere, die diese Runden weitergekommen sind, treten gegeneinander an und es wird wesentlich spannender. Das heißt, diese Runde wird das letzte Mal eine Runde sein, wo sehr viel von zum Beispiel meiner emotionalen bzw. persönlichen Meinung mit eingeflossen werden tut. Weil danach geht es nur noch an harte Fakten. Na ja, zum größten Teil vielleicht auch hier und da ein bisschen meine eigene Meinung an hier und da der Stelle. Aber jetzt möchte ich euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge von... Ja, genau. Willkommen zurück zum Charakter Clash 16er Turnier. Und nochmal kurz hier eine persönliche Entschuldigung. Das letzte Wochenende doch nur ein Video kam. Ich wollte auch eigentlich dieses Wochenende drei machen. Da ich aber noch nicht alles fertig geskriptet habe, kommt dieses Wochenende dann doch nur zwei. Aber ich denke mal, ihr versteht das. Ihr wart ja alle sehr, sehr gnädig mit mir, würde ich mal sagen. Und an der Stelle auch direkt mal ein herzliches Danke an all die netten Worte zum Allgemeinen in den Kommentaren. Also das wollte ich einfach nochmal hervorheben. Ich freue mich jedes Mal, eure Kommentare zu lesen. Es freut mich jedes Mal aufs Neue. Und deswegen habe ich auch so weiterhin so Spaß hier dran. Aber jetzt zum Thema. Herschel gegen den Governor. Was soll ich sagen? Das Battle hatte man mehr oder weniger schon in der Serie. Ist definitiv nicht so gut für Herschel ausgegangen, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz wird Herschel hier auch heute definitiv ein paar Punkte abholen. Und dessen bin ich mir sehr sicher. Und deswegen starten wir auch direkt rein. Und zwar starten wir rein mit der Persönlichkeit. Und ja, den Punkt gebe ich jetzt erstmal ohne groß rumzuschwafeln an Herschel. Herschel ist einfach ein Hammerkerl. Ein super sympathischer Typ. Ein herzensguter Mensch, der immer das Beste im Menschen versucht rauszufinden. Selbst beim Governor hat er es versucht. Überall. Ich hätte es so interessant gefunden, wenn er auf Nigen getroffen wäre. Es wäre super, super interessant geworden, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch wenn Herschel am Anfang halt sehr, sehr zurückhaltend und auch sehr skeptisch gegenüber unserer Atlanta-Gruppe war. Am Ende des Tages hat er sie aufgenommen. Und am Ende des Tages wurde ihm auch mehr oder weniger klar, okay, die Leute, die ich hier als Zombies retten möchte, die sind leider nicht mehr zu retten. Und das hat er verstanden. Zwar mit hier und da ein paar, naja, Komplikationen. Aber am Ende des Tages hat es ja funktioniert. Und auch sonst. Herschel ist quasi der Vater, den wir, oder der Großvater, den wir alle brauchen oder wollen. In der Serie für die Charaktere, so wie auch für uns. Er hat immer einen guten Spruch auf den Lippen, irgendeine Weisheit. Er ist halt dieser typische, weißhaarige, alte, schlaue Mensch. Und genau das Gegenteil dazu ist der Governor. Der Governor, oder sagen wir auch mal speziell Philipp, ist halt so an für sich echt nicht so ein netter Kerl. Gut, er hat viel durchgemacht. Er hat nicht das leichteste Schicksal hinter sich, keine Frage. Aber trotzdem ist seine Art und Weise, wie er herrschen will oder herrscht, nicht so gut. Also man denkt ja am Anfangs, okay, vielleicht ist es ja ein ganz netter, aber spätestens, wo er das Militär da quasi einfach gnadenlos umbringt, um einfach den Loot mit nach Hause zu nehmen, sage ich mal, da weiß man spätestens, okay, ja, der hat falsche Einstellungen. Auch wenn seine Ansätze an für sich ja gut waren. Er die Leute retten will und ihnen Sicherheit geben will und ein normales Leben aufbauen will. Wie er es umsetzt, ist halt ein bisschen bescheiden, muss man sagen. Und spätestens, nachdem er seinen Knacks komplett verloren hat, ist es halt nur noch ein Arschloch. Und er denkt einfach nicht rational, er wird nur noch von Wut und Hass geleitet. Und andernfalls hätte man ihn bekehren können, nenne ich es mal. Und er wäre vielleicht gar nicht mal so ein schlechtes Mitglied in der Atlanta-Gruppe geworden. Deswegen geht der Persönlichkeitspunkt auf jeden Fall an Herschel. Gehen wir mal zum Charakterentwicklungspunkt, würde ich mal nennen. Und zwar geht der Punkt auf jeden Fall in dem Fall an den Governor. Denn dieser hat im Laufe der Staffeln, in denen er vorkam, wirklich eine sehr krasse Charakterentwicklung durchgemacht. Am Anfang, wie gesagt, eher der bisschen falsch geleitete, aber trotzdem irgendwie Mensch, der die Leute retten will, der ein sicheres Zuhause geben will und der auch sagt, okay, wir kommen hier dieses Zombie-Kämpfen mit hier Merle und so, was Andrea so super scheiße fand. Das ist halt eine Abwechslung. Die Leute haben sich auch damals Boxen und so angeguckt. Mehr oder weniger ähnlich in die Richtung. Dann kam der große Point, sag ich mal, wo er dann das erste Mal getwistet ist und dann einfach nur noch rot gesehen hat. Dann kam der Zwischenfall mit Michonne und mit seiner toten Tochter und mit seinem fehlenden Auge. Danach ist er erst mal zu einem bärtigen Depri-Monster geworden und einfach nur übel auf, ja, ich hab keinen Bock mehr zu leben und ich versuch's ihr einfach irgendwie klar zu kommen. Übrigens eine Part in seinem Leben, den ich super interessant fand und ich auch super, der mir eigentlich gut gefallen hat, weil das so war, es zeigt, okay, er kann doch einfach wirklich nur nett sein. Und aber just in der Sekunde, wo ihm quasi die Chance gegeben wurde, wieder die Macht zu ergreifen und sich zu rächen, hat er es natürlich auch gemacht. Und dann wurde er quasi zu dem, der am Ende halt auch draufgegangen ist. Also zu dem, der einfach nur von Wut, Hass und Trauer geleitet wurde, dem alles egal ist. Und ja, er hat halt schon viele Entwicklungspunkte durchgemacht. Höschlinggegen war so halt immer der ähnliche. Der einzige Charakterwechsel war halt wirklich in Staffel 2, wo quasi Sophia aus der Scheune rauskam. Und da er halt war ein bisschen, ja, hat halt ein bisschen geswitcht. Da war er so weg von diesem, okay, man kann die Leute nicht mehr retten, ich muss die Zombies hier nicht füttern und so weiter. Plus halt der Aspekt, okay, es ist wirklich ernst und es ist halt alles scheiße und wir müssen unser Überleben kämpfen, wir können uns nicht einfach verstecken. Aber danach hat er nicht mehr so große Charakterentwicklungen durchgemacht. Er wurde halt noch in der Hinsicht ein bisschen besser im Umgang mit Waffen. Und vor allem auch, hat er sich halt hier und da öfter aufgeopfert, aber das hätte er auch schon vorher gemacht. Also Höschler hat jetzt keine großartige Charakterentwicklung durch, deswegen ist der Charakter jetzt auch nicht so deep, wie man vielleicht denkt, bei den ganzen Sprüchen, die er immer klopft. Aber er weiß halt viel, ne. Er ist halt sehr, sehr weise. Aber halt Charakterdeepness, also Tiefe, ist da halt nicht so krass viel vorhanden, muss man halt leider sagen. Dementsprechend geht der Punkt an den Governor. Also ein 1 zu 1 Stand jetzt. Ich würde hier einen ganz kleinen Punkt noch einführen, der quasi die Charaktereinführung wäre, wo wir einfach drauf gucken, wie die Charaktere eingeführt wurden. Sind sie gut eingeführt, beziehungsweise war da irgendwas Spezielles, was halt sehr viel verändert hat. Man muss sagen, Herschel wurde ja auch relativ plötzlich eingeführt. Karl wurde angeschossen von Otis. Sie rennt zu der Scheune und da ist Herschel. Der ist dann einfach da und versucht halt, Karl das Leben zu retten. Natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ohne Herschel hätte Karl wahrscheinlich nicht überlebt. Und wahrscheinlich hätten sie auch nicht unbedingt viel da überleben können in der Scheune, beziehungsweise auf der Farm. Das darf man natürlich nicht außen vor lassen. Und ab da hatten sie halt überhaupt Verstärkung in ihrer Mannschaft. Glenn hat Maggie getroffen, durch Herschel mehr oder weniger natürlich. Und überhaupt, Rick hat seinen Boden wieder gefasst, nachdem Laurie gestorben ist. Auch unter anderem wegen Herschel. Wegen Herschel haben wir auch die Suche nach Sophia endlich beenden können, was halt für Carol ein bisschen Schmerz bedeutet, aber halt auch irgendwo Erleichterung. Und auch für Daryl seinen Charakter schon ein bisschen vorangebracht hat. Also Herschel hatte schon sehr, sehr viel Einfluss, ob jetzt aktiv oder passiv. Also aktiv im Sinne von, ne, ich hab Karl gerettet und passiv im Sinne von, ich bin überhaupt hier und verknüpfe die ganzen Gruppen so. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch viel Negatives oder ein bisschen Negatives hervorgebracht. Und das wäre zum Beispiel, er ist, würde ich sagen, mitunter Schuld für Shanes Entwicklung, weil er halt auch einer derjenigen war, die Shane so übel unterdrückt haben und ihm quasi nicht, also quasi für Shane im Prinzip das da waren, was halt der Untergang der Menschheit sein wird, drücke ich mal so aus, ist, denke ich mal verständlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass Herschel schuld ist, dass Shane so ausgerastet ist, aber mitunter hat er schon dazu beigetragen, indem er auch auf Rick eingeredet hat und gesagt hat, hier, du bist der Anführer, du sagst ihm, hier gibt's keine Waffen, ihr geht vom Haus weg. Und so Kleinigkeiten und das hat ja mitunter halt Rick beeinflusst, der dadurch Shane beeinflusst hat. Aber das ist halt jetzt nur so ein ganz kleiner Punkt. Die Charaktereinführung vom Governor war schon weniger plötzlich, also hatte schon quasi einen längeren Zier. Natürlich, wir haben erst seine Gruppe ein bisschen mehr kennengelernt, dann ihn kennengelernt. Und man muss sagen, anfangs war halt sein Charakter mehr oder weniger für die Gruppe irrelevant. Das Einzige, was sein Charakter uns gebracht hat, war erstmal die Rettung von Andrea und die Rettung von Michonne, dementsprechend auch die Einführung von Michonne. Aber bis zu diesem Punkt war er jetzt erstmal egal für den Rest der Truppe so. Er hat ja keine Probleme erstmal gemacht. Als das Ganze dann natürlich so ins Rollen kam, muss man halt sagen, war natürlich ein riesiges einschneidendes Erlebnis. Und durch den Governor ist natürlich sehr viel Scheiße passiert. Es sind viele Menschen gestorben, es ist Herschel gestorben. Es sind sehr, sehr viele Einwohner des Gefängnisses gestorben. Das Gefängnis an sich ist gefallen. Und an für sich ist es sehr viel Trubel aufgetaucht, weil auch wieder die Trennung kam der Charaktere, beziehungsweise der Gruppe. Dementsprechend auch das wiederfinden in Terminus, was ja auch quasi dann mehr oder weniger, schon eher weniger, aber ihr versteht, vom Governor die Schuld war. Aber auch positive Dinge in Bezug auf Charakterentwicklung für manche Charaktere. Ich finde zum Beispiel, dass durch die Ermordung von Herschel, durch den Governor, Maggies Charakter erst so richtig in Fahrt gekommen ist. Und auch Beth in irgendeiner Hinsicht aber schon eher auf Maggie bezogen. Rigs Charakter wurde dadurch komplett geprägt. So mehr oder weniger hat Rick ab diesem Moment wirklich das Vertrauen in alle verloren, weil er ja wirklich versucht hat zu sagen, komm, okay, hier, ich höre jetzt auf Herschel. Ich gehe das Gespräch mit dem Governor ein und ich sage, komm, wir können versuchen zusammenzudem. Es muss hier nicht im Blutbad enden. Er wurde enttäuscht und ja, dementsprechend war sein, ich sag mal, Vertrauenslevel sehr, sehr niedrig gegenüber neuer Leuten, was ja auch irgendwo gut war an manchen Ecken. Ob es jetzt Terminus war oder auch zum Beispiel halt diese Rocker-Crew, wo halt eher so seinen totalen Rage hat. Und auch im Allgemeinen, er war ja auch sehr skeptisch gegenüber Alexandria und das alles, all das baut schon auf dem Governor auf, muss man sagen. So bis hin zu Negan. Alle Entscheidungen, die Rick getroffen hat, sind durch einen Governor irgendwo beeinflusst worden. Halt einfach durch dieses, okay, ich habe versucht, wirklich ein guter Mensch zu sein, so wie ich es von Shane immer verlangt habe, wo der Kreis dann auch geschlossen wird. Aber ich wurde eines Besseren belernt und wie Shane gesagt hat, hier gelten andere Regeln mehr oder weniger. Dementsprechend ist es schon schwer zu sagen, wer jetzt hier mehr Einfluss auf The Walking Dead hatte. Ich würde schon sagen, oh ja, ist wirklich schwer. Ich würde irgendwie sagen, beide hatten extrem großen Einfluss. Aber um Ricks Charakter dahin zu bringen, wo er jetzt ist, hatte halt der Governor mehr Einfluss. Und da nun mal die Serie eher Rick im Augenmerk hat oder hatte, würde ich sagen, ich gebe den Punkt, den Governor, da halt wie gesagt dieser schon eher die Serie im Allgemeinen geprägt hat, anstatt so Charaktere geprägt. Obwohl wir halt auch durch Hershel Maggie und so bekommen haben und die Glenn-Maggie-Beziehung und halt Glens Tod und Maggie die krasse Bad Bitch, sage ich mal, ist schwierig. Aber ich würde sagen, der Governor, weil der Governor schon eher das große Survival-Charakter-Potenzial aus den Leuten rausgeholt hat. So alles war erst Friede, Freude, Alkohol und dann wurden sie nochmal auf den Boden der Tatsachen gerufen und gesagt, hier Jungs, Mädels, das ist hier nicht so ein Ponyhof-Leben. Also würde ich schon den Punkt an den Governor geben. Aber Hörschel hat auch sehr, sehr großen Einfluss gehabt. Also es ist sehr, sehr eng, aber ich würde in dem Fall sagen 2-1 für den Governor. Dann würde ich noch einen kleinen Punkt angeben, den wir auch relativ fix abgehakt haben und zwar das Ableben des Charakters. Und da muss ich einfach sagen, ja, da hat Hörschel halt gewonnen. Also wie der Governor Hörschel umbringt, ich finde es halt lustig, dass die zwei Charaktere halt ausgerechnet gegeneinander kämpfen, weil der eine halt sehr viel mit dem anderen zu tun hat. Ja, aber Hörschels Tod war halt schon ewig. Also ewig traurig, weil er dann noch mit diesem, okay, vielleicht schaffen wir es. Ich bin stolz auf dich, Rick, du sagst genau das, was ich dir mehr oder weniger erklären wollte. Und dann, ja, ist halt der Governor da und macht schnipp-schnapp. Und auch die Szene dann, wie Hörschel dann auch so da wegkriecht und der Governor ihn dann wirklich komplett den Kopf abtrennt und sein Kopf halt da noch liegt. Und schon krass, wohingegen halt vom Governor wirklich so der Kampf gegen Rick war halt, Rick war halt voll am Ende. So der Governor hätte gewonnen, wenn Michonne nicht da gewesen wäre. Gibt es auch ein Video zu auf diesem Kanal, könnt ihr gerne mal auschecken. Und, ja, er wurde halt abgestochen und wurde halt dann von dieser, äh, ich weiß, irren Namen grad nicht mehr, aber von seiner Lebensabschnittsgefährtin ja halt erschossen. War halt nicht so spektakulär, deswegen würde ich den Punkt hier an Hörschel geben. Dementsprechend haben wir ihn ein 2-2. Ja, ihr merkt vielleicht, ich versuche hier schon tatsächlich das auf einer guten Ebene zu halten, weil ich schon beide, also Hörschel hat natürlich gleich im letzten Battle sehr wenig Chancen. Aber ich will ihm trotzdem halt seine Punkte geben, weil er halt schon ein sehr, sehr starker Charakter ist. Aber wir kommen nun zum Finale und zwar zum 1 vs. 1. Für alle, die es nicht wissen, das 1 vs. 1 ist aufgebaut wie folgt. Wir befinden uns auf einem neutralen Boden, äh, keine Art Vor- oder Nachteile. Wir haben beide Charaktere in ihrer Prime, in ihrer Serien-Prime, also in ihrem krassesten Hoch im Serienverlauf. Was halt bei Hörschel leider nicht so hoch war, aber naja, kommen wir gleich zu. Und lassen sie in drei Disziplinen gegeneinander andrehen. Zum einen den Nahkampf ohne Waffen, also wirklich reinen Faustkampf, dann den Nahkampf mit Schwertern, Messern, Speren von mir aus, was weiß ich, und dann einmal den Ferienkampf mit Schusswaffen oder Schusswaffen im Allgemeinen. Ja, starten wir hier mal rein im Faustkampf. Macht halt der Governor Hörschel komplett fertig. Hörschel ist ein alter Mann, mehr oder weniger fehlt ihm halt ein Bein, obwohl man da fragen muss, ist das seine Prime so gewesen? Ich würde schon irgendwie schon sagen, aber auch irgendwie nicht. Ja, aber Faustkampf macht Hörschel, äh, definitiv zieht er einen Kürzeren und der Governor prügelt die Scheiße aus ihm raus. Also geht der Punkt an den Governor. Im Nahkampf mit Messern, Schwertern und so weiter, ja, hat Hörschel vielleicht ein bisschen mehr Chancen, aber auch hier. Ja, der Governor ist halt noch jünger und ein bisschen, äh, brutaler und dementsprechend auch hier, äh, Entschuldigung, Hörschel, der Punkt geht auch an den Governor. Gehen wir nun zum Schusswaffenduell. Hier könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht kriegt es Hörschel hin, ein paar Schüsse zu setzen. Er ist ja gar nicht mal so schlecht mit Schusswaffen, aber wir wissen auch, dass der Governor auch nicht schlecht mit Schusswaffen ist und ich denke, dass wenn es wirklich zum entscheidenden Moment kommen würde, auch hier der Governor die Überhand gewinnen würde. Dementsprechend kriegt der Governor im 1 vs. 1 den Punkt und dementsprechend haben wir einen 3 zu 2 für den Governor und der Governor hat diese Runde gewonnen. Ich möchte aber direkt anmerken, im Punkto Charakter und, also, Persönlichkeit ist halt Hörschel definitiv am Gewinnen. Aber wir müssen halt auch realistisch bedenken, dass wir hier in einer Zombie-Apokalypse-Serie sind und rein vom Überlebens, äh, Potenzial ist halt da der Governor weiter vorne. Dementsprechend, ja, Entschuldigung, Hörschel, es tut mir sehr leid, ne, Rest in Peace, mein Bester, auch Rest in Peace an den Schauspielern an der Stelle. Ja, aber der Governor hat gewonnen. Und dementsprechend sind wir mit der ersten Runde des Juniors durch, ja. Herzlichen Glückwunsch an uns und so weiter. Und, ja, was soll ich sagen? Nächstes Mal gehen wir ins Achtelfinale, wenn mich nicht recht alles täuscht. Und, äh, das erste Achtelfinale wird dann angetreten von Sascha vs. Ezekiel. Das wird ein sehr interessantes Battle. Bin ich auch gespannt drauf, wie ich es, wie gesagt, mache. Kann sein, dass das eventuell ein bisschen dauert, bis es kommt, weil ich dann auch ausfeilen will, was für Kategorien ich wirklich effizient benutzen möchte. Und an der Stelle seid ihr auch wieder gefragt. Schreibt gerne Kategorien, die ich, äh, noch für das 1 vs. 1 gerne nehmen soll. Ob es jetzt ist, wie viele Zombies, wie viele Menschen, wo hat derjenige getötet? Wie viele Folgen effizient war dieser Charakter in der Serie zu sehen? Wie lange hat der Charakter überlebt? Von an Beginn der Serie bis wirklich zu seinem Tod oder halt auch nicht tot? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das werden alles, könnten alles Kategorien sein, weil wir wollen hier wirklich mal aufs... Wie gesagt, halt nicht auf nur persönlichen Ebene die Charaktere ranken, sondern wirklich sagen, okay, der Charakter hat am längsten gelebt, der Charakter hat mehr Zombies getötet, der Charakter hat mehr Menschen getötet, der hat mehr Screentime. Schreibt gerne solche Sachen in die Kommentare, wenn ich daraus was nehmen soll. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und auch gerne in die Kommentare könnt ihr eure Meinung zu dem Battle schreiben. Hättet ihr es ähnlich gemacht? Hättet ihr vielleicht Herschel gewinnen lassen mit irgendwelchen Mitteln und Wegen? Und ja, allgemein, wie fandet ihr dieses Video? Gerne ab in die Kommentare und wenn ihr da unten seid. Und euch für Filme, Serien und derartige Dinge, ob es Theorien, Fakten, Trailer-Reactions, allgemeine Reactions und Reviews interessiert seid, klickt euch gerne auf den Kanal und schaut euch doch mal um. Vielleicht findet ihr hier ein, zwei, drei Videos, die euch gefallen und bleibt gerne auch hier. So würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich möchte jetzt auch nicht noch länger rumlabern, als ich sowieso schon tue. Und würde sagen, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie immer. Aber bis dahin bin ich dann erstmal raus. Ciao.